Moin sind meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde meiner PvE Guides. Heute geht es um den Arcan-Magier. Der Arcan-Magier, der ist echt super. Der ist wirklich, wirklich sehr, sehr stark und vor allem wundert mich das, warum der gar nicht so oft gespielt wird. Der ist echt heftig, der ist super stark. Ja Leute, wir starten hier rein in die Talente. Wir starten direkt rein in die Talente. 15er Row, nehmen wir das Talente ganz, ganz links mit. 25er Row, fleißige Energie ganz, ganz rechts. Rechts, Rune der Kraft, finde ich richtig gut. Würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Resonanz und Eisschutz, also beziehungsweise 35er Talent und das 40er Talent, das könnt ihr frei entscheiden, was ihr da mitnehmt. In der 45er Row, da nehmen wir ganz, ganz klar die Arcane-Kugel mit. Die ist wirklich super. Ganz ehrlich, was die für einen Schaden macht, die Arcane-Kugel. Das ist echt, das ist echt der Wahnsinn. In der 50er Row. Es kommt darauf an, was ihr spielen wollt. Also viel zu stark ist natürlich viel zu stark. Nein, das ist wahnsinnig bürstlastig. Das ist wahnsinnig bürstlastig. Das würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ihr könnt allerdings auch erleuchtet mitnehmen. Ich bin allerdings ein Fan von viel zu stark. Das finde ich echt super. Und ich würde sagen, lasst uns mal übergehen zu den Stats. Die Stats, die sind total simpel. Richtig, richtig simpel. Und zwar Meisterschaft, Krit, Vielseitigkeit und Tempo. Intelligenz natürlich ganz, ganz klar an erster Stelle. Aber ansonsten Meisterschaft, Krit, Vielseitigkeit und Tempo. Gut, das war es auch schon mit Pakt. Und mit, ja, alles klar. Ich rede gar nicht erst weiter. Wir gehen überall in den Pakt. Wir fangen an mit dem Nightfale-Pakt. Ja, ich musste mich hier einmal raussuchen. Der Nightfale-Pakt, der Nightfale-Pakt, der ist super. Der ist so stark. Der ist richtig, richtig gut. Und diese Arcane-Verschiebung in Nahkampfreichweite im AOE. Oh, Leute, das ist richtig böse. Besonders, wenn ihr den dritten Dude hier mitnehmt. Den dritten Dude ganz, ganz unten. Mit dem Krit in der Mitte. Das ist richtig krass. Also ihr seht, wie ihr hier die Conduits verteilt. Die Conduits sind im Grunde genommen. Die ganz, ganz normalen Standard-Conduits, die man immer so mitnimmt. Ja, die nimmt man immer so mit. Und ich muss mal gucken, was für ein Pakt wir hier als nächstes mal einblenden. Ja, genau. Wir nehmen jetzt mal hier den Venture-Pakt. Der Venture-Pakt, der ist, ja, die Conduits, die seht ihr hier. Wieder die ganz normalen Standard-Talente. Conduits. Und die Spiegelbilder vom Venture-Pakt, das ist jetzt nicht unbedingt, das ist, glaube ich, Geschmackssache. Das ist nicht meins. Aber das ist Geschmackssache, die kann man natürlich auch mitnehmen. Die duplizieren natürlich eure Zauber. Und genau, wie man die in der Rotation einsetzt, das erkläre ich euch später noch, wenn wir zur Rotation kommen. Und allerdings seht ihr hier, wie ihr die Conduits verteilt. Wir nehmen natürlich dann den mittleren Dude mit. Und ich würde sagen, wir gehen über in den nächsten Pakt. Und das wird dann sein, der Necrolord-Pakt. Ja, der Necrolord-Pakt, der ist auch interessant. Und da will wir ja mal sehen, was für Buffs dort noch kommen werden. Ich hoffe allerdings, dass der noch etwas gebufft wird, weil der hat auf jeden Fall Potenzial, der Untote. Und der finde ich schade. Sieht natürlich sehr, sehr cool aus. Ist allerdings aktuell nicht zu vergleichen mit dem Necrolord-Pakt. Kann man allerdings mitnehmen. Und man kann auch sehr, sehr viel draus machen. Der kann durchaus wirklich sehr gut sein und sehr stark sein. Muss gut eingesetzt sein. Muss wirklich gut eingesetzt sein. Und der kann sehr stark sein. Das liegt immer ganz, ganz am Spieler. Genau, sonst halt auch Conduits hier wie immer ganz, ganz klar. Diese ganz normalen Standard-Talente. Beziehungsweise die ganz, ganz normalen Standard-Conduits zum dritten Mal. Und ganz, ganz easy. Und dasselbe gilt natürlich auch für den Nightfave. Ach, für den Nightfave. Dalla, Sherwan. Du bist heute mal wieder richtig gut dabei. Genau, wir nehmen da den guten Pelagos mit. Und auch wieder die ganz normalen Conduits. Allerdings haben wir hier unten das vorletzte Conduit. Das ist natürlich etwas anderes. Das nehmen wir aber auf jeden Fall auf dem Nightfave mit. Und der Nightfave. Ach, der Nightfave. Der Kyrianer. Der ist wirklich stark. Der ist wirklich stark. Auch die Paktfähigkeit, die ist gar nicht mal so bad. Das synergiert mit dem Arcan Mage. Überraschend gut. Und erst einmal habt ihr den Initialschaden, den ihr damit raushaut. Und ihr habt dann halt noch diesen Dot. Und eure nächsten vier Attacken machen jeweils mehr Schaden. Was halt in einer Burstphase sehr, sehr gut eingesetzt. Auch wirklich sehr, sehr stark sein kann. Und den Pakt, den finde ich echt super. Da gibt es nachher in der Singletard-Rodation einen ganz, ganz kleinen Unterschied. Und Leute, lasst uns mal kommen zu den Legendaries. Im Grunde genommen würde ich euch ein Legendary ans Herz legen. Was ich wirklich sehr, sehr stark finde. Und das ist dieses ganz, ganz simple Legendary. Wo haben wir es denn hier? Das mit den Arcan geschossen. Das würde ich euch ganz herzlich legen. Das finde ich super. Es gibt natürlich auch andere Legendaries. Das bleibt ganz euch überlassen. Das Legendary hier finde ich allerdings super. Das finde ich richtig gut. Genau. Leute, ich würde sagen, wir starten mal jetzt hier rein in die AOE-Rodation. Und auf geht's. Leute, in der Videobeschreibung. Dort findet ihr Amazon-Links. Das heißt, ihr würdet meinen Kanal wahnsinnig supporten. Wenn ihr eure Bestellungen über die Links macht. Ganz egal, ob ihr euren Einkaufswagen leert oder eine Produktempfehlung. Das bleibt ganz euch überlassen. Das ist auch völlig Banane. Ihr würdet auch meinen Kanal auf jeden Fall wahnsinnig damit supporten. Wenn ihr bei der nächsten Amazon-Bestellung an mich denkt. Und einfach nur eben, ihr drückt auf einen Link und macht dann ganz normal. Eure Bestellung, euer Ding. Das, was ihr machen möchtet. Auf jeden Fall würdet ihr mich damit wahnsinnig supporten. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch wahnsinnig an all meinen Mitgliedern bedanken. Ihr seid der Wahnsinn. Ja, ihr seid der Wahnsinn. Ich habe Mitglieder, die sind schon seit fünf Monaten dabei. Oder seit sechs Monaten Mitglied. Und Leute, ganz ehrlich, ich kann zwar jetzt hier nicht alle Namen erwähnen. Das wäre echt zu viel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielen, vielen lieben Dank an euch. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr macht das, ihr supportet mich so wahnsinnig. Und ihr macht mir das hier möglich. Ja, vielen, vielen lieben Dank an euch. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der AOE-Rotation. Ja? Auf geht's. AOE-Rotation. Hier. Dort seht ihr das Details. Hier oben seht ihr die Rotation. Und über der Rotation, da blende ich euch Makros ein. Ja? Da blende ich euch Makros ein. Ich habe natürlich für den AK-Match auch Makros hergestellt. Beziehungsweise erstellt. Und die findet ihr in der Videobeschreibung. Die könnt ihr da einfach hinnehmen. Ja? Wir starten jetzt mal hier rein in die AOE-Rotation. Ganz ganz klar. Wir sind Night Ferry. Wir gehen auf jeden Fall etwas näher ran. Und starten hier rein mit unseren Spiegelbildern. Und casten erst einmal in Akkanschlag. Danach geht es über in Berührung der Makni. Und unser Burst kommt. Ja? Jetzt kommt die Night Ferry-Pakt. Ganz ganz wichtig. Durch, Carsten. Ganz ganz wichtig. Und Leute, bedenkt. Der hier. Ja? Der Dude. Der hat ein 197er GS. Und der macht an drei Zielen 10.000 Schaden. Also richtig, richtig krass. Wir erneuern unsere Runde der Kraft. Und gehen nochmal über in ein letztes. In einem letzten Akkaren-Beschuss. Und danach fahren wir unsere ganz normale Rotation mit Akkane-Explosion. Akkaren-Beschuss. Und wenn es bereit ist, nehmen wir ganz ganz klar unsere Akkane-Kugel. Die ist richtig krass. Und das nehmen wir so mit. Also wahnsinniges, wahnsinniges, wahnsinnige AOE-Rotation. Also was der Akkarmage in AOE rausknallt, ist wirklich krass. Ja? Und auch im Single Target. Ist ja wirklich gut. Kann sich sehr sehr gut sehen lassen. Bei der Single Target-Rotation gibt es eine kleine Besonderheit. Wir starten unseren Burst erst etwas später. Wir starten unseren Burst nicht gezielt am Anfang, sondern wir starten unseren Burst etwas später. Und wenn die Kudons ready sind, kommen wir zur Single Target-Rotation. Und ich würde sagen, wir machen hier einen ganz ganz kurzen Cut. Bis gleich. Okay, kommen wir nun zur Single Target-Rotation. Falls ihr einen anderen Pakt habt, außer den Night Fae-Pakt, dann ist es ganz ganz wichtig, dass ihr eure Paktfähigkeit in der AOE-Rotation an dieselbe Stelle stellt, wie beim Night Fae-Pakt. Ihr ersetzt im Grunde genommen einfach die Arcane Verschiebung, den Cast davon, durch eure Paktfähigkeit. Und bei der Single Target-Rotation ist es etwas anders. In der Single Target-Rotation ist es so, dass wir die Night Fae-Fähigkeit nicht benutzen. Und ihr benutzt eure Paktfähigkeit direkt beim Übergang von Makro 1, bzw. direkt beim Übergang von der Rotation 1 zur Rotation 2, falls ihr ohne Makro spielen wollt. Das heißt, ihr benutzt eure Paktfähigkeit vor Arcane Macht. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal hier rein in die Single Target-Rotation. Spiegelbilder, wir bauen auf jeden Fall erstmal auf. Der Schaden, der... Ach Mist, jetzt stehe ich hier an der AOE-Puppe. Ja, alles klar. ShareOne ist ja richtig gut. Genau, wir machen halt auf jeden Fall erstmal... Wir bauen ein bisschen was auf. Alles klar, das Makro-Icon, das hängt hier, aber das Makro läuft trotz alledem durch. Ist nicht schlimm. Wir bauen auf jeden Fall ein bisschen was auf, bevor wir in die Burst-Rotation übergehen. Jetzt geht's ab in die Burst-Rotation. Ja, wir haben aufgebaut. Auf geht's in die Burst-Rotation. Und das Ganze kann sich auf jeden Fall sehr, sehr gut sehen lassen. Ein sehr, sehr starker Burst. Ja, genau. Falls ihr möchtet. Ja, falls ihr möchtet und falls ihr die Burst-Rotation, falls ihr euren Burst direkt zu Anfang zünden wollt. Ja, dann könnt ihr es auch ganz, ganz simpel machen. Ihr zündet einfach eure Spiegelbilder und startet direkt rein in Makro 2. Ja, also da kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Ja, dann mache ich jetzt nochmal einen kurzen Cut. Und dann zeige ich euch eure Burst-Rotation. Ihr habt jetzt gesehen, der Schaden zu Anfang war okay. Ja, das hat sich langsam gestiegen. Dafür, dass der Arcan-Match hier einen relativ niedrigen GS hat. Und der wäre jetzt kein... Ja, Leute, mein Aufnahmeprogramm hat sich gerade komplett verabschiedet. Ja, was wollte ich sagen? Das habe ich total vergessen, aber egal. Na, auf jeden Fall Freizauber-Procs. Hoffentlich habt ihr ein paar mehr dabei. Bei mir waren natürlich so viele dabei, aber ist auch nicht so schlimm. Ähm, der Arcan-Match, der entfaltet sein Potenzial. Er hat einen sehr, sehr hohen GS. Der hier hat einen sehr, sehr low GS gehabt, ne? Das ist aber nicht weiter schlimm. Ja, das ist nicht weiter schlimm. Ähm, ich würde immer euch ganz, ganz klein empfehlen. Spielt das, was ihr spielen möchtet. Ja, wenn ihr Spaß am Arcan-Match habt, auch mit low GS, dann spielt ihr dann auch einen Arcan-Match im low GS. Umso besser seid ihr dann, wenn ihr einen hohen GS habt, ja? Weil der Arcan-Match ist so wahnsinnig Stats-abhängig, ja? Der braucht richtig gute Werte, um sein volles Potenzial zu entfalten. Und wenn ihr dann so einen 220er GS habt, dann könnt ihr halt richtig konkurrieren mit den Frost- und, äh, Feuer-Mages, insbesondere mit den Feuer-Mages, wenn ihr ein Arcan-Mage seid. Und die Aoi-Rodation mit dem Arcan-Mage jetzt mit low GS ist halt schon sehr, sehr stark. Und dann stellt euch mal vor, ihr habt einen richtig hohen GS, ja? Ähm, falls ihr einen hohen GS habt, dann schreibt mir mal in die Kommentare. Mich würde es wahnsinnig freuen, wenn ihr mir Feedback gebt. Ich lese mir alles durch, auch wenn ich nicht immer auf alle Kommentare antworten kann. Im Moment ist einfach extrem viel. Und, ähm, ich lese aber auf jeden Fall alle Kommentare, ja? Lasst mir einen Daumen und einen Like da. Lasst mir einen Daumen und einen Like da, ja. Alles klar, Shell One. Bist du wieder richtig gut dabei? Äh, lasst mir ein Abo und einen Like da. Würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann, haut rein. Peace.